malzeit zusammen ihr seht schon minis forum hat den neuen th 50 mir mal zukommen lassen und wir haben schon im live stream gemeinsam mal ausgepackt und auch angeschlossener und auch proxmox drauf installiert auch das werden uns das gleich anschauen aber wir gucken als allererstes erstmal überhaupt rein für die die überhaupt wissen wollen was ist das wie sieht das dinge aus und so weiter und so weiter ganz wichtig ich sage immer vorher es ist wirklich wichtig zu verstehen dass wir hier auf dem kanal eigentlich immer irgendwie serverseitig unterwegs sind deswegen möchte ich auch diese kiste hier eigentlich als so eine art ja mini server wir wieder für zu hause betrachten und nicht als desktop computer ich kann euch schon mal vorher sagen in diese kategorie werden wir ihn wahrscheinlich reinstecken müssen denn wir haben nämlich bei der kleinen kiste ein riesengroßes problem ihr seht schon wir haben dieses selbe gehäuse wie halt eben beim hm 80 h 90 gerade besonders wie das hm 90 gehäuse davon oder das ist halt eben der große vorteil wir haben ein komplettes aluminium gehäuse inklusive deckel und was halt eben so ein bisschen ausmacht sind zwei dinge zweimal die 2,5 gigabit anschlüsse und wir haben halt eben den thunderbolt 4 anschluss also thunderbolt 4 mit 40 gigabit keine ahnung ob man daran anschließen will irgendwie so eine externe super grafikkarte oder sowas aber ganz ehrlich ja für die kleine kiste hier irgendwie mit einer fetten externen grafikkarte irgendwie macht keinen sinn dann wird wahrscheinlich eher die cpu am arsch sein bevor er eben irgendwie die gpu da drin überhaupt irgendwie erst mal ja unter vollast kommt aber ich möchte aber mit euch zusammen die kiste einmal aufschrauben um euch nämlich sozusagen den clue zu zeigen warum eigentlich datei der th 50 bei uns hier in diesem ganzen ja mini home server home lab bereich einfach leider gottes nicht rein passt lasst mich die karre doch erst einfach mal aufschrauben damals auch schon die untere platte die ist immer noch so ein bisschen festgesteckt das heißt die können wir trotzdem mit ein bisschen kippeln können wir die eigentlich immer ganz gut abziehen da sind so ein paar nasen ziemlich in der mitte dran dann geht das ganze eigentlich auch schon meistens sehr gut ab damals schon boden ist schon los also da geht auch nichts kaputt das sind jetzt keine nasen die irgendwie abbrechen ja der boden ist ein wenig plastik vorteil natürlich trägt wieder hier hier sind die zwei das sind ja keine einschübe oder steckplätze wenn man so will sondern es sind ja zwei ja sag mal platzhalter wo man zweieinhalb zoll festplatten rein bauen kann und dann wird hier drüber ein kleines metallgehäuse gesteckt was hier an den punkten verschraubt wird und dann kann man die ganz normal mittels kleinen adaptern die dann ich zeige es euch mal da aufgesteckt werden halt ganz normal angeschlossen alles in der box mit drin habe ich aber alles schon im live stream mal gezeigt gut ihr seht jetzt schon den clue dabei normalerweise wir haben jetzt eigentlich letztens heim 80 heim 90 kennengelernt ja wo ist der große unterschied wir sehen ihn schon der nennt sich ist dieser bereich in dieser bereich besagt uns jetzt gerade eben ach du scheiße unsere ram module sind halt fest verbaut das war uns vorher klar das steht auch so auf der webseite 16 gigabyte sind drin in egal welcher variante man den th 50 sich organisiert 16 gigabyte manchmal ist es halt eben in der 512 nvmi auch wenn die kingston 512 nvmi oder manchmal halt eben mit der 256er kommt darauf an wie man halt eben in welcher ausbaustufe ganz normal bestellt ansonsten genau dieselbe bauweise ich hole jetzt auch extra nicht das board raus weil ihr seht von unten drunter wirklich nur den großen lüfter wenn man sieht man sieht ja wirklich die außenrum die kühle rippen wo in der mitte relativ großer ich würde mal sagen der ist in etwa so breit der kühler also nicht der kühler der lüfter beziehungsweise der lüfter der ist in etwa so breit und wirklich schnur leise aber auch da genau wieder ich muss sagen eigentlich genauso wie heim 80 heim 90 schnur leise doch trotzdem da kommen wir gleich zu wenn man das ganze wirklich am pc anschauen und einfach mal die ganzen logischen faktoren uns reinziehen der hat halt eben oder der platziert sich halt eben mit seiner intel cpu so ziemlich im mittelfeld zwischen denen die wir kennen heim 80 90 das heißt auch da ist er eigentlich derjenige der sagt ich bin weder huhn noch ein und da ist halt eben so ein bisschen mein problem was ich dabei sehe dass der einfach für uns erstmal natürlich auch alleine schon wegen der erweiterung einfach soweit für unseren mini home lab server bereich einfach nicht geeignet ist wir haben einfach keine erweiterungsmöglichkeiten beim ram und alleine das ist jetzt schon für mich persönlich das ausschluss kritik ausschlusskriterium ja der ist natürlich eine markt günstiger ich glaube ihnen keine ahnung 100 euro gucken uns auch gleich an aber trotzdem wenn man ihn einfach nicht erweitern kann macht das ganze einfach keinen sinn ich baue die kiste jetzt erst mal wieder zusammen anschließen und dann gucken wir uns an zusammengebaut ist das schon wieder die schließen die kiste jetzt auch direkt an ich habe schon gesagt im live stream haben wir uns das ding so ein bisschen ausführlicher angeguckt heißt ich habe jetzt erstmal hier ein bisschen power dran ich habe jetzt erstmal von meinem lab ein bisschen netzwerk dran und sagt hier vorne einfach wirklich klick play ihr seht schon das mikrofon ist direkt dran auch wenn der lüfter einmal hochdreht man hört ihn einfach nicht also wirklich der lüfter ausgang beziehungsweise die kühle rippen sind direkt hier direkt vor dem mikrofon gerade eben und ganz ehrlich da kommt gar nichts nur wirklich wirklich also ich kenne es von dem hm 80 hm 90 die müssen wirklich unter volldampf laufen damit man aus den kisten überhaupt irgendetwas an an luft oder an strömungsgeräuschen halt ebenso wirklich raus kriegt die wirklich warm nicht wahrnehmbar sind natürlich hört man den lüfter drehen und wenn ich jetzt meine hand drüber lege natürlich fühle ich auch wie die luft gerade reingezogen wird es ist aber einfach wirklich 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 leise so wir gucken jetzt am pc weiter ich lasse die kiste hier stehen und dann gucken wir uns einfach mal das ding sozusagen im action an jetzt habe ich euch einiges an specks natürlich schon so erzählt natürlich steht alles auch irgendwie auf der webseite also das wichtigste bei dem tr 50 was die kleine kiste eben ausmacht ist dieser intel core i5 11 320 h ich habe dazu mal eine typische cpu monkey seite aufgemacht ja es gibt den 320 h gibt es je noch gar nicht der ist wirklich so neu das heißt diese seite kennt ihr noch gar nicht deswegen habe ich jetzt den vorgänger mal den 300 h genommen der nicht ganz so stark ist wie der der hier drin ist aber doch dann ziemlich vergleichbar ich bin jetzt wieder bei der normalen vergleichbarkeit zwischen hm 80 hm 90 und der kiste und von dem was ich für meinen home lab irgendwo erwarte und da haben wir jetzt schon folgendes problem es ist eine h modell das heißt der taktet die ganze zeit relativ hoch der taktet auch runter aber wir haben halt eben einen etwas höheren verbrauch wo haben wir es gehabt da haben was tdp 35 watt 28 watt der tdp down das heißt also das ganze ding verbraucht auch einfach ein bisschen mehr saft bestes beispiel ist dazu ich habe dafür die konsole jetzt mal aufgemacht ihr seht wie der hier schon so ein bisschen hin und her flippt ihr müsst ihr unten links drauf gucken da steht package 0 von 0 0 0 wie viel watt er halt eben verbraucht und das schlimme dabei auch dass ich habe die karre auf da läuft gerade 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 eben gar nichts da ist keine virtuelle maschine drauf sondern es läuft nur box box mit einmal nichts und er ist hier schon wirklich am rum wackeln auf 7 watt das habe ich ehrlich gesagt bei dem hm 80 nicht gehabt der lief wirklich stabil untenrum wo nix da drauf war auf 3 watt in etwa 3,5 watt ohne halt eben die ganze zeit da 11 watt also der macht halt eben schon deutlich mehr der verbraucht auch einfach ein paar watt mehr so ist es aber natürlich man hat halt ebenso gegenüber den beiden nicht gegenüber den beiden schuldigung nur gegenüber dem heim 80 vielleicht zehn prozent zehn prozent vielleicht lasse hochkommen vielleicht 15 prozent mehr leistung die ihr sowieso niemals merken werdet auch hier wieder für mich der fall braucht man nicht und wenn man die wenn man es braucht dann habe ich euch natürlich hier erkennt die kiste gut ist ein 80 es gibt natürlich auch den hm 90 und mit dem hm 90 da habt ihr dann natürlich auch immer noch preis leistungen ihr habt die power das heißt jetzt einen reisen 9 4900 h da kann dann der kleine kollege hier sozusagen einfach auch nicht mehr gegenhalten weil natürlich der reisen neuen irgendwo dann doch noch mal ein ticken stärker ist als der intel 320 h der jetzt halt eben hier drin ist aber es kann natürlich sein und da kommen wir jetzt zum hauptaugenmerk dass ihr gar nicht deswegen die kiste hier anstrebt sondern halt eben vielleicht wegen dem keine ahnung wo dort hier überhaupt steht thunderbolt 4 support also hier vorne der der usb anschluss usbc vor usbc anschluss hier vorne ist halt thunderbolt 4 da könnt ihr halt eben dieses wie ich schon mal sagt ich glaube ich habe sie auch immer hier aufgerufen hier könnt ihr halt eben zum beispiel ach nee das war ein anderes ich habe schon dazu gemacht so eine gpu die man halt eben über thunderbolt anschließt dann könnt ihr wirklich eine große was nicht 30 80 die grafikkarte per thunderbolt anschließend das funktioniert auch scheinbar sehr gut doch trotzdem ja oder vielleicht ein storage wird ja mein favorit ist aber trotzdem halt eben ja irgendwie irgendwie passt das ganze nicht das heißt die werben auch extra mit auf dem karton und was nicht alles steht hier drauf ist es ist ein desk mini und er ist halt eben mit seinen 16 gb ein bisschen limitiert auch da ganz ehrlich auch wenn es ein desktop pc ist in der heutigen zeit der einfach langlebiger sein sollte keine ahnung ich die sache irgendwie gefühlt gehörner 32 die gramm jeder der anderen youtuber der diese werbung die werbung für diese dinger macht die sind da irgendwas am zocken als beispiel weil die immer gerne zeigen man wie toll man darauf fortleid oder keine ahnung was spielen kann ja das funktioniert wenn man kann in kleinster art und weise da ist ein kleineser man kann da sogar sehr gut momentan triple a dinger drauf spielen zwar nicht auf volllast um gottes willen da ist irgendwie so eine keine ahnung ich habe ja keine gleiche bild irgendwas drin das funktioniert ganz gut das ist absolut state of the art das heißt einpacken mitnehmen das kleine ding für mal eben irgendwie eine lahnparty mit den kumpels auf die schnelle man will seinen ganzen pc nicht mitschleppen der 8000 liter kühlwasser drin hat und keine ahnung war super kannst du perfekt mitmachen ja und wenn er dann auch immer noch super krass grafik brauchst kannst du eine externe kiste dran anschließen das funktioniert also schon sehr sehr gut ihr seht ja schon es gibt einige reviews über die dinger das wollte ich gerade und da habe ich schon mal gesagt die nutzen die teile hat eben gerne irgendwie für desktop zocken weil es halt eben komplett pc ist 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 ja gar nicht mein scope und zurück zu meinem scope in dem fall jetzt ja in unserem scope passt er einfach momentan nicht rein er ist einfach nicht ram auslastungs mäßig aufrüstbar das heißt ja er schlägt dabei einfach fehl vorteil natürlich für uns hier ganz klar die zwei netzwerkschnittstellen enp 175 enp 176 heißen sie jetzt hier 2,5 gigabit also für die die zu hause zweimal 2,5 oder netzwerk unbedingt brauchen ziemlich fett haben halt eben zweimal die 2,5 g auch da wieder veto hm 90 hm 80 haben auch beide zumindest einen 2,5 g anschluss und upscaling und downscaling ist immer klar dann kann es auch ganz normal per ein gigabit verbinden aber trotzdem ja irgendwie sattelt der sich halt eben nicht so richtig in unser klischee rein weswegen wir hier auf unserem kanal mit uns mit dieser kiste ganz normal beschäftigen hier seht ihr auch noch mal acht kerne elfte generation also wirklich flatsch neu die kiste wer wirklich abzielt darauf das als home lab zu betreiben hat damit mit auch gar keine probleme haben natürlich unter proxmox mit zfs rahmen relativ schnell weg lässt man zfs einfach mal aus dem spiel raus hat man wahrscheinlich auch sehr sehr viel spaß damit denn kostengünstig wenn man das mal sagen möchte für ein komplett pc ungefähr 550 euro plus in etwa 30 euro versand das ist dann zollfreier versand ganz wichtig erzählt jetzt mal wie es wirklich ist nicht wie man es hier auf der webseite liest ja der ist zollfrei das heißt wenn man hier irgendwie in den bezahlprozess reingeht was man auch ganz normal und easy machen kann aus deutschland muss man halt eben sollte man dieses free shipping wählen das kostet irgendwie 30 dollar und dann geht das quasi irgendwie wirklich durch irgendein europäisches lager in meinem fall was einmal frankreich und einmal spanien keine ahnung irgendwie quasi dran vorbei und wird dann direkt halt eben einem durchgeliefert auch da noch mal ein kleiner hinweis keine ahnung wieso einige meiner zuschauer die hm 80 hm 90 wie auch immer th 50 bestellt haben haben gesagt wir haben von fedex irgendeine rechnung gekriegt ich zum beispiel habe auch mein paket war ja fedex bekommen aber nichts bekommen keine ahnung wieso ich habe keine rechnung von fedex bekommen ich habe auch von allen gehört die auch keine bekommen haben aber auf der anderen seite von irgendwelchen die haben eine bekommen rechnung lautete ungefähr 13 14 euro glaube ich unersichtlich wofür die war es war auf jeden fall ersichtlich dass die dafür war aber wofür weshalb warum weswegen keine keine ahnung trotzdem mein endfazit ich könnte ja ein video machen wenn ihr wollt wo ich alle drei nochmal gegen vergleiche trotzdem mein endfazit bleibt einfach und das ist ja auch immer mein hauptargument ich habe mir diese kiste hier zu hause schließlich gekauft einfach damit ich sagen kann okay ich habe was stromsparendes ich habe was kleines was ich mir hier hinstellen kann was einfach auch ein bisschen performance hat dafür ist für mich ganz klar immer noch weiterhin mit den gegebenen argumenten die ich gerade eben schon 20 mal sagte einfach der heim 80 einfach regelmäßig achten wo er wann er irgendwie vielleicht auch direkt auf dem deutschen bezugswege über amazon oder sonst wo gibt ja viele webseiten irgendwie kaufbar ist deswegen ist das weiterhin immer noch meine klare empfehlung und das ding läuft und läuft bei mir für die die meine videos kennen und live stream gucken wissen alles klar wunderbar wie gesagt empfehlung ist für mich eher natürlich zum mitnehmen zum zocken kleine lahn party für unser homelab bereich er nicht so ansonsten wie immer schnuckelig super verarbeitung wirklich saubere verarbeitung innen drin alles sauber diese komische flüssig cpu zeug oder wieder nicht alles heißt auch alles nicht am auslaufen oder ähnliches auch da ist alles wunderbar also ich muss sagen gleichbleibende qualität ich habe hier nicht einmal ein einziges gerät irgendwie stehen gehabt was irgendwie nur irgendwelche fehler hatte oder nicht sauber verpackt war oder irgendetwas alles wirklich wunderbar haut in die kommentare was ihr vielleicht über die kleinen noch wissen wollt ich habe jetzt zumindest forum in die zumindest mal einen guten kontakt herstellen können nach langen langen rum probieren und auf chinesisch englisch schreiben aber trotzdem noch mal an minis forum die natürlich die kiste hier gestellt haben noch mal vielen vielen dank dass man auch da so ein review machen kann wir werden jetzt mal sehen was wir mit der kleinen kiste noch so anstellen können auch dazu ideen mit dem kleinen ding ab in die kommentare bis dahin ihr bleibt gesund ich wünsche euch was macht's gut haut rein ciao